Ich heiße Kornkraft, bin 8 Jahre alt und komme aus Wien. Du bist jetzt bei einem Dortmund-Trainingscamp. Wie gefällt es dir da? Sehr gut. Fällt dir Übungen besonders gut? Ja. Ja? Weißt du welche? Ja, da haben wir gestern so 1 gegen 1 gespielt. Das ist ein bleibender Eindruck von allen. Sehr schön. Wie ist der Trainer? Sehr gut. Sehr gut. Essen? Auch sehr gut. Sehr gut. Du bist noch bei keinem Verein in Wien? Gell? Ja. Wir werden jetzt schauen mit deinen Eltern zusammen, dass du einen Verein findest, der einen verständnisvollen Trainer hat, mit dem du arbeiten kannst und dass du regelmäßig Spielpraxis bekommst. Du bist so talentiert und so ehrgeizig, du brauchst das. Ja? Ja. Du kannst du dir da. Ja. 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 Ja.